Ich bin's wieder Arturo Gaming am Start und heute zocken wir Fortnite. Ich war seit einigen, einigen Monaten nicht mehr live. Ich hatte auch irgendwie keinen Bock mehr, musste mich auf meine Schule und Training konzentrieren. Ja, da hatte ich keine Zeit zum Streamen. Und ja, heute habe ich ein bisschen Zeit. Ich weiß, das Bildschirm ist ein bisschen kleiner. Ist auch ein bisschen scheiße, wegen ich muss mich erst mal mit meinem YouTube-Account hier an meinem neuen Handy anmelden. Deswegen geht es erst mal nicht. Deswegen habe ich so ein kleines Bildschirm. Und ja, heute zocken wir ein bisschen. Ich bin gespannt auf die Season 11 heute. Es wird richtig krass heute, das Event. Ja, und ich habe schon mal heute jetzt angefangen, wegen ich habe heute richtig Bock lang zu zocken. Und so, die Stars, ihr wisst Bescheid. Ähm, ja. Guckt doch mal vorbei, lasst doch mal ein Like da, abonniert mich gerne, teilt meine Streams. Und ja, bleibt doch mal aktiv und so. Ich werde nicht jeden Tag streamen, also immer ein bisschen, immer ein bisschen so, ne? In so einer Reihe ungefähr. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt erst mal eine Runde Solo zocken. Ich bin null aufgewärmt, war gerade beim Training. Und ja, gucken jetzt ein bisschen durch, die Stars. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Stream natürlich. Und ja, die Stars. Halt sowas, ne? Ich hoffe, euch stört es nicht, dass das Bild schon ein bisschen kleiner ist. Ich muss das halt alles noch machen. Sorry. Und ja. Oh mein Gott, ich bin null eingespielt, also ich kann auch nur editieren gerade. Komm, wie schlecht ich bin, Leute. Ich bin heute auf jeden Fall gespannt, gespannt auf das Event. Ich kann kein Deutsch mehr, ja moin. Auf jeden Fall bin ich heute gespannt. Und, ähm, ja. Oh, ich muss kurz was durchgucken. Sorry. Sorry, dass ihr gerade Blue-Bildschirm hattet. Musst du kurz was testen. Aber jetzt ist alles gut. Und ja, schaut gerne vorbei. Und ich hab halt auch noch einen YouTube-Kollegen, der macht auch YouTube, aber halt selten, genauso wie ich halt. Er muss halt auch zum Training, Schule, die Stars. Er heißt halt, Edwin spielt auf YouTube. Könnt ihr gerne abchecken, abonniert ihn auf Ero. Ja, auf jeden Fall sehr nett. Wegen er ist mein Real-Life-Kollege und er feiert mich halt. Und so. Ich ihn auch. Ähm, ja, hilft ihm mal bis zu den 60 Abonnenten oder mehr. Wäre korrekt. Ja. So. Ey, Digga, er hat schon Pumped Gang. Fuck, Digga. Was ist das denn für einer? Was ist das denn für einer, Digga? Digga! Was ist mit dir falsch? Bruder, was bist du denn für einer? Ja, egal. Ich konnte nichts machen. Was soll man noch machen? Ich hatte keine Waffen. Wie gesagt, ich bin halt schlecht, ne? Und ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Wir starten jetzt auf jeden Fall noch eine Runde. Ich mach ein bisschen Musik an, Leute. Ich mach ein bisschen Musik, ich mach ein bisschen. ich will wenigstens ein kill jetzt machen bitte ein kill wenigstens ein kill wenigstens ein kill bitte macht doch nicht sein wenigstens ein kill jetzt kommt das telefonpack hat Loll! Loll! Ey, ist ein Pump? Ja, Mann. Ja, das kommt mal. Bitte Katja angeben. Nice. Hast keine Eimer gehabt. Hast da keine Eimer gehabt. Hey, einunddreißiger, Digga. Einunddreißiger, hier. Ich brauche ein paar, Bro. Kleine Musik. Tegger. Studium feiner. 62 Headshot, Bro. Maşallah. Tag. Da. Gibt es hier Gegner? Ja. Ich habe dich gehört, du Opfer. Wie kann man so scheiße sein, jo? Und jetzt auch nicht kommen, Alter. Ich versuche, ihn einfach zu holen. Was ist das denn für einer? Du kleiner Mistlet! Du kleiner Bastard, Digga. Ich fick dich gleich. Kleine Mistlet, Digga. Ich mach ihn so was von eiskalt, Digga, und da kommt so ein Spast. Der hat mir einfach den Kill geklaut. Was ist los bei dir? Keine Hobbys oder was? Komm her, wo bist du? So ein 31, Digga, so ein Schlingel, Digga. Wir hätten eigentlich schon längst zwei Kills, aber dieser kleine Ruder, ja? Du kleiner... Hä? 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 Was ist das denn für ein Bot, Digga? Was ist das denn für einer? Leute, habt ihr diesen... Ey, der war so kacke! Wie kann man so kacke sein, Leute? Oh mein Gott, ich hab ihn mit 5 AP geholt, Digga. Größter Bot, den ich kenn. Oh mein Gott. Bot, Digga. Bot. Bot. Mein Gott, Digga. Wie kann man so kacke sein? Ich hab den absolut die Ehre genommen. Er war ja komplett lost. Der ist irgendwo hängen geblieben. Okay, wir haben jetzt zwei Kills, haben eine rote Ritterin geholt. So. Uff. Okay, sieben Monaten, jetzt haben wir schon... Haben wir halt ein Schild hier irgendwo? So. Hier haben wir irgendwie gar nichts, kann das sein. Okay. So. Okay. Hier haben wir noch mal Lagerfeuer. Hier haben wir noch mal Lagerfeuer. So. Hier haben wir schon tausend Mets. Nice. Nice, jetzt können wir abfahren. Jetzt müssen wir so weit in die Reihe gucken. Okay. Okay, ich hoffe, ihr hört die Musik. Wenn nicht, dann bin ich gehindert irgendwie. Okay, ab nach Dustin. Ich brauch unbedingt Chills. einfach unbedingt. Ich glaube, hier ist es gar keiner mehr. So, Musik. Ah, bei Loot Lake ist jemand geriftet. Okay. Okay. Hier ist auch nirgends so Schild, ne? Ehrenlos. 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 Wir müssen aufpassen, wo ist er. Ich glaube, hinter uns. Ich will jetzt erst mal hier bleiben. Der Eger. Okay, hier riftet einer. Da hat auf jeden Fall einer gesniped. Ich weiß nicht, wo der ist, Leute. Unter dem Blastwagen. Oder da vorne. Ich bin so überfordert. Ich geh einfach mal dahin. Da könnte ja viel sein. Ich hör Leute fliegen. Kannst du mal jetzt runterkommen hier? Keinen Bock Munition zu verschwenden. Keinen Bock, dass Leute mich hören. Hey, Digga. Scheiß drauf. Ich darf einfach einbauen, Digga. Was ist los? Das ist doch mal was Starkes, ne? Kann man mal machen. Was mach ich da? Nicht behindert. Okay, da ist einer. Einen Hit haben wir ihm gegeben. Mit 36er, glaube ich. Ich würde sagen, ich geh jetzt einfach mal. Ach, Ludleg. Unterriften. Oh mein Gott. Jetzt snipet er auf mich, der kleine Pandero. Du triffst mich eh nicht, Peach. Okay, jetzt sieht er mich gar nicht mehr, glaube ich. Ich freu mich heute so krass auf das Event, ne? Oh mein Gott, Alter. Das wird so geil. Jo, da sind schon zwei Leute im Stream. Was geht ab? Lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Und teilt auch einen Stream. Für Ehre. Wenn ihr Bock habt. Boah. Das wird so geil. Nice. So. Einer ist im Stream. Was geht? Teil den Stream, wenn du Bock hast. Like und abonniere, um nichts mehr zu verpassen. Was meinst du mit F? F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F? So. 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 Und jetzt nicht mehr. So. Ich finde es nicht mehr. Genau. Soll er nicht pushen kommen? Nein, Bro, einfach nein. Ich glaube, der ist auch ein bisschen besser als der davor. Er hat einen Rocket Lounge, Alter. Kommst nicht rein, lass es. Na, kleine Pendero. Haha. Digga, was ist jetzt hier los, Alter? Wir kennen Flüchtlinge. Digga. Hallo. Wir kennen Flüchtlinge. Fluchtlinge, Edwin. Fluchtlinge. Schon geil. Witzig, witzig. Jetzt kommen wir noch mehr Gegner an. Flüchtlinge. Was geht, Edwin? Ich glaub, gleich geht's los, Digga. Ich mach erst mal die Musik aus. Nervt, glaub ich, ein bisschen. Kann ich jetzt chillen, oder was? Will jetzt keiner hier. Kommt. Okay. Wir gehen in Flüchtlinge. Ey, ich kann no L, Digga. Ich bin der größte Bot und sowas. Ey, Digga, die fighten immer noch über mir. Was ist los bei denen? Mein Gott, ja. Schimmer dein Basis A. Digga, der mit seinem Rocket Launch hat. Der ist King, der fühlt sich gut mit dir. Das ist mir zu gefährlich. Das ist mir zu gefährlich hier. Ich glaub, es hat. Wir brauchen mehr zu sauer. Ja, wow, oder egal. Guck dir den an. Egal. Scheiß drauf. Ich bin auch der größte Bot, den man kennt, Alter. Ich wärm mich jetzt ein bisschen auf. Creative alleine. Bisschen 90's Flex und die Stars Kappa. Jungen, was schreibst du da, Edwin? Schreib mal auf Deutsch was, Junge. Spasti. Baumeister Pro. So. Creative reingehen. Nice. Heute wird das Event richtig geil. Ich bin schon so gespannt, Alter. Mal gucken, was das wird, ne? Mal gucken. Puh. So. Ich mach einfach mal den. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. möglich. Schmier lie. Steiger. Schmier lie. Schmier lie. Schmier lie. Schmier lie. Schmier lie. Hallo, bleib mal schneller anstatt du spielst. Hallo. Hä? Warte. Scheiße. Bin der größte Bot, digga. Digga. Ey, willst du mich ficken? Ja. 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 Hallo. Hallo. Oh. Ich kann gar nichts, ich weiß. Ja. 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 Easy clapp easy clapp... easy glaub easy. Eegy, Eegy, Eegy Pam, Pam Jo, Leute, ihr könnt auf jeden Fall auch mit mir zusammen zocken. Das ist kein Problem. Also, du, ihr müsst mir halt nur eine Epic-Anfrage schicken. Oder halt, ähm, Playstation. Playstation wäre eigentlich besser. Ja, ich verlasse jetzt erst mal Creative. Und, ja. So. Abonniert doch mal. Lass mal ein Like da. Und, ja. Edwin, schreib mal was auf Deutsch. Oder du wirst blockiert für ungefähr 120 Sekunden. Also, nerv nicht. Pam, pam, pam. Gnowskins sind blööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Jetzt wird wieder mal Solo gezockt. So. Warte. Warte einmal. Ich hab was für dich. Lass doch mal alle ein Like da, Leute. Bitte. Bitte. Nein, Spaß. Bin ich behindert oder was? Oh, zwei Zuschauer. Ein Like, Ehre. Ehre, dass du schon mal ein Like haben, Leute. Ehrenmann, naja. Ehrenmann, naja. Ihr seid Ehrenmann, naja. Zwei Leute gucken zu. Ehre, 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 Ehre. Uh. Uh. So. So. Oh. Ich hab keine Lust. So. 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 Weil ich cool bin. Ich sag, ein bisschen Duo. Komm, wir machen einfach Solo versus Duo, okay? Ich werd rasieren. Ich bin Red Summer, sein Urgroßoma. Ich rasier doch eh. Easy clap. Alle. Ich mach jetzt einmal so. Ihr wisst Bescheid, easy clap, Alter. Ich nehm alle hops. Was sollt ihr jetzt? Na, man. Easy clap. Ey! Oh mein Gott, Edwin! Das wieder im Shop. Edwin, du weißt, was ich meine, ne? Oh mein Gott, wodka-tanz. Kolbaska-tanz, du weißt, was du weißt. Kolb... Kolbasa, 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 kolbasa. 3-Poloski, 3-Poloski. 3-Poloski Adidas Krasovski. Brr, 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 brr. Nein, ich界 passe. Brr, 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 brr. Bam, babam, bam, 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 bam. Ah ja. Nee! 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 Tri-Polos-ki. Tri-P... Ah, ah Lu... Li-o-o-o-ski. Tri-Po-loski. Ich habe eine Behinderung. Nein, doch. Oh, wir landen wieder hier. Es ist halb vier, wo ist mein Bier? Oh, wir landen wieder hier. Es ist halb vier, wo ist mein Bier? Oh, wir landen wieder hier. Es ist halb vier, wo ist mein Bier? Oder wir landen... Piderast, blick. Paschon nachholen. Weißt du, wie der mich jetzt ficken will? Ich weiß, wie. Ficken, ficken. Da wollen wir. Du wollen ficken mich! Du! Du nix ficken. Du ficken. Du ficken. Eier, egal. Tschöp, mein Gott. Du ficken. Du f city. Du fck. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.